Na hallo meine Lieben, wie schon angekündigt, habe ich noch was zu verlosen und zwar, also erstmal hallo, mir geht's gut. Ich bin der Gux, ich bin in meinem grauen Freizeit-Shirt, die Tasse, das ist meine persönliche aus meinem Schrank, Nummer 25, steht aber im Karton mit Unterschrift, eingebrannt, Spülmaschinenfest, hoffentlich. Die geht noch an jemanden, das habe ich noch offen, ich will ja nichts schuldig bleiben. Und die verlose ich jetzt gleich, ich ziehe jetzt gleich einen Gewinner, sollte das nicht klappen, sollte der Gewinner sich melden oder keine Ahnung, dann ziehe ich einen zweiten Gewinner. Ich habe ja schon den Bot gestartet und hier nebenan kannst du sehen, ich habe einfach den Chat auf, ich ziehe das ganz normal über den Bot und so weiter und so fort. 2.148 Tickets im Topf, bezeichnet ein bisschen, bezeichnet ein bisschen, die letzte TDD-Tasse, 25, was ganz besonderes, aber natürlich die anderen Tassen auch. Also, mir geht es spitze, ich bin vielleicht auch irgendwann wieder da, ich genieße meinen Urlaub vom Stream, von Content, ich habe geile Sachen gezockt, ich habe viel auf Couch gesessen, im Garten gewesen, war herrlich. Ich hoffe, du lässt es dir auch gut gehen, mach dich nicht bekloppt, Invictus Sale steht an, so jetzt ziehe ich einen Gewinner, Achtung, aus der Tasse schmeckt einfach alles super. So, jetzt pass auf, jetzt geht es los, also, ich ziehe einen Gewinner und TDD-Winner, ne, nicht TDD-Winner, Ticket-Winner ist das Kommando, Ticket-Winner, ne, also ich bin hier, ne, da, könnt ihr sehen, da, da, Chat, ne, live, so. Es ist jetzt, pass auf, 6.05, 9.40 morgens, damit ihr wisst, wann das passiert und go, gewonnen hat Fichtelzwerg, oh Gott, nein. In die Schweiz, der ist so teuer. Wichtelzwerg, Wichtel, herzlichen Glückwunsch. Wichtel, ich hoffe, du hast, ach, da muss ich nochmal richtig in die Tasche greifen, die Versandkosten, ja, da brauche ich gar nicht, aber die Versandkosten sind brutal. Wichtel, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wichtelzwerg, ehemaliges Mitglied der Orga, meiner Orga. Wir sind freundschaftlich verblieben, trotzdem natürlich. Mitglied bei Umbra Sumos. Ja, wünsche euch, hat Umbra Sumos ein super YouTube-Video gemacht, müsst ihr mal gucken. So, Wichtel, herzlichen Glückwunsch. Ich schicke dir die Tasse zu, ich brauche deine Adressant, dann habe ich, glaube ich, noch was mal bestellt bei mir. Ich gucke da mal nach. Wichtel, ich schreibe dich nochmal an. Oh Gott, ey, das sind Versandkosten, sind brutal 13 Euro oder so weiter. Das kostet mich genauso viel, wie die Tasse mit Verpackung und dem ganzen Scheiß drumherum. Na gut, ist so. So, die 25 in die Schweiz. Ist so. Also, ich wünsche euch bald, meine Lieben. Tschüss, macht es gut. Wichtelzwerg, ey, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Geh los. So. Dann muss ich auf Aufnahme stopp drücken. Ich kann mich gar nicht trennen von euch. So. Dann muss ich auf. Dann wird das was. Vielen Dank.